Heute sind ja 30 Jahre Kinderrechte und deshalb heißt es bei uns Kids Takeover. Die Kinder übernehmen das Ruder und deshalb schalten wir mal an den Wasserturm. Christoph Schlüter, unser Reporter ist da, hat viele Kinder der Klasse 6b des Mollgymnasiums bei uns. Was passiert bei dir? Ja, hier wird gleich der Wasserturm blau angestrahlt. Ich frage aber erstmal die Kids, die hier sind. Ihr seid vom Mollgymnasium aus welcher Klasse? Aus der Klasse 6b und wir wurden von der Olga, das ist die Leiterin von UNICEF, die hat uns hierher eingeladen. Wir haben schon kurz miteinander geredet, du bist Nikolai und eure anderen Namen habe ich leider wieder vergessen. Warum sind euch denn Kinderrechte wichtig? Weil ohne Kinderrechte gäbe es glaube ich auch Korruption so gegen Kinder. Also nicht wirklich Korruption, aber auf jeden Fall hätten wir dann zum Beispiel nicht das Recht auszusagen vor dem Gericht oder andere Sachen, die halt für mich relativ wichtig sind. In meiner Kindheit, ich bin 35 Jahre älter als du, wie wir vorhin ermittelt haben, war es noch ganz üblich, dass Erwachsene einen einfach so geohrfeigt haben. Zum Beispiel die Eltern oder Großeltern und ich hatte einen Klassenkameraden, der kam immer mit blauen Flecken. Spielt sowas in eurem Leben überhaupt noch eine Rolle, dass Erwachsene einfach Gewalt ausüben dürfen? Also nein, also wenn, dann ist es rechtswidrig, weil das durch die Kinderrechte ganz gut, ganz gut hier in Deutschland durchgesetzt wird, denn wir haben das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. Da oben stehen eure Kollegen am Schalter und machen gleich das blaue Licht für den Wasserturm an, damit die wissen, wann zählen wir jetzt mal einen Countdown. Los geht's! Fünf, vier, drei, zwei, eins, unbestanden! Das passiert so Schritt für Schritt, wir gehen zurück ins Studio. Christoph, vielen herzlichen Dank, also der Wasserturm erstrahlt in UNICEF blau. Christoph, vielen herzlichen Dank! Christoph, vielen herzlichen Dank. Christoph, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank.